Tja, das ist der Dorf. Da wird noch mal Zimmer hin und her gefahren. Ja. Hi. Hi. Willkommen zu einer neuen Folge von Testoleros. Testoleros. Bist du, Rico? Ich staune. Ja, es kommt nicht oft vor, aber... Du kannst also nach dem Faxe-Test wieder geradeaus gucken. Tja, so sieht es aus. Da muss ich mich bloß eh mal drehen. Also Faxe haben wir jetzt mal getestet und man denkt mal, das Video anzukriegen, ist jetzt hier verlinkt. Und was trinkt man diesmal? Heute trinken wir mal ein Laikheim-Landbier. Laikheim-Landbier. Sehr gut. Hast du einen Stift? Ich krieg mal einen Stift. Nein. Ich hab halt auch einen Stift. Ja, ja. Da muss ich wohl hier von Victorinox den Nightmanager mal bestellen. Das, Alter. Sogar Licht. Wo kommt denn das Landbier? Was ist denn das für ein Zeug? Ist das überhaupt Bier? Fränkisches... Fränkische Familienbrauerei seit 1887. Keim, ja. Ist doch auch keimisch. Wir haben hier ein 5,4-prozentiges Bier. Goldgelb, vollmundig und feinwürzig. Schauen wir mal. Prognose? Silber auf jeden Fall. Also mindestens Silber. Fränkisches Landbier aus den besten Rohstoffen unserer Heimat gebraut in Exportbier-Qualität. Also ich muss ehrlich sagen, mit Exportbier habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist nicht mehr Silber. Jetzt Bronzer. Naja, das ist schon fast wieder Blech. Ne, ich bleib dabei. Mindestens Silber. Auspacken oder wegpacken? Warte mal, warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Ein echt feinwürziger, herzhafter Biergenuss. So feinwürzig schmeckt daheim. Brauhaus Laikheim, Gewerbegebiet 4, 96264, Alten, Kuhnstadt, Deutschland, Germania. www.laikheim.de für weitere Infos. Das ist jetzt hier unten unter dem Video verlinkt, oder? Oh, nach bayerischem Reinheitsgebraut. Ah, nee, aber... Exportbier steht nochmal extra da. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Aber wir werden es ja schmecken. Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Damit ist die eine Sache schon mal geklärt. 41 Kilokalorien. Also das ist auch was zum Abnehmen. Wofür hat denn Kilokalorien? Auf 100? Ja, Milliliter. Also mal 5. Naja, 200. Auspacken oder wegpacken? Auspacken. Du machst das jetzt auf. Auspacken. Wie sieht die Flasche aus? Ja, grün. Ist schon mal schlecht. Ja, heutzutage ist grünisch, äh... So grün, wie man sich das vorstellt. An sich finde ich das schön. Also es ist anspruchsvoll. Wärt nicht grün. Aber so sieht es gut aus. Oder? Die Flasche ist so ganz besonders, da ist hier... Also es sind eigene Flaschen machen die anscheinend. Genau, richtig. Hier ist richtig so ein Wappen drauf. Hier steht nochmal hinten Leihkeim. Man hat diesen wunderschönen, der mir sehr gefällt, Öffner. Flaschenöffner. Ja, stimmt. Ja, wieder verschließbar. Sehr schön in der Sommerzeit. Finde ich top. Ja. Also das heißt, keine Wespen mit Zetra oder Insekten kommen da rein. Du kannst ohne Probleme schön verschließen. Du kannst wieder ohne Bedenken trinken. Finde ich super. Ich hatte das Problem mal gehabt. Ich hatte da eine Wespe im Mund gehabt, hab's Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt und gleich ausgespuckt. Wenn du so hungrig bist. Ja, ich bin gierig. Ja, na und? Ich würde drei Punkte heben. Oh, guck mal. Hier ist sogar ein Wappen drauf. Ja, aber das Grüne ist jetzt eben Punkt Abzug. Tja. Na gut. Augensucht oder Augenflucht? Optik, wie sieht jetzt, wie sieht der Tränk aus? Hopp. Gespritzt hat das. Gespritzt. So, Flasche oder Glas? Ich nehme die Flasche. Ich hoffe, dass du jetzt sagst. Glück, 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 Glück. Wo wir eigentlich Bede aus Bäben trinken müssen, weil wir haben ja festgestellt, das schmeckt schon anders. So. Ah, ein bisschen trüb ist jetzt schon, ne? Der Schaum ist schön. Wirkt so naturtrüb. Ja, ne? Oder das ist bloß, weil es gerade so warm ist. Siehst du das? Ja, aber es schmeckt trotzdem. Ja, es ist ein bisschen trüb ist jetzt schon. Leicht trüb. Ja. Also auf jeden Fall nicht volle Punktzahl. Drei von vier. Ja. Groben Liebe oder groben Hiebe? Tja. Wie schmeckt das Bier? Mit guter Export hier. Hm. Hm. Ist schon mal gut. Prost. Prost. Was ist das denn? Schmeckt ja schon in Ur. Ja, was? Ein bisschen. Also das ist ja. Also gut. Scheiße. Ja. Export. Ja. Das war schon die Warnung. Also wirklich. Was haben die sich dann dabei gedacht? Export. Wenn ich die Augen zu viel macht, hätte ich gut gesagt, hast du ja wieder Export oder sowas. Ja. Also im Glück ist das gut gekühlt. Sauer. So komische Geschmack mit drin. Na, wie soll man den dann beschreiben? Den hat man gleich mitten im Mund. Das ist halt einfach nur sauer. Sauer. Die Kohlensäure, die man sieht, ist eigentlich so schnell weg, wie sie da ist. Also wie sie da ist und gleich wieder weg. Das. Das ist halt diesen komischen. Ich komme jetzt nicht drauf. Das ist ja typisch für Export Geschmack, aber ich finde es milder als die Export Biere, die man so kennt. Aber mir schmerzt es nicht. Sieben Punkte. Das war schon gut gemeint. Sechs Punkte. Special Points. Ja. Der Verschluss halt, ne? Ja. Der Aufdruck hier vielleicht. So. Einen Punkt oder was? Oder zwei. Mal zwei. Ja. Ja. Familienbrauerei sind 1887. Mal zwei. Welche 390-Boot? Das haben wir schon geklärt. Ja. Ja. Uhr. Schade, schade. Ich habe mir mehr erwartet von. Ich bin hier bald fertig. Hast du noch einen Witz? Schade. Also wer auf saure Biere steht, dann… Schönen Durst hier wieder. Na ja, da gibt es eins andere. Also so sauer, ich finde… Ich finde das schon gar nicht so schlimm. So, jetzt ein bisschen länger wird. Joe Biden ist zu Besuch bei der Queen in England. Er fragt sie, eure Majestät, ihr führt so ein erfolgreiches Land, könnt ihr mir nicht ein paar Tipps geben? Die Queen sagt, nun ja, das Wichtigste ist, sich mit intelligenten Menschen zu umgehen. Beiden runzelt die Stirn und antwortet. Aber woher soll ich denn wissen, welche Leute wirklich intelligent sind? Die Queen nimmt einen kleinen Schluck Tee und sagt, das ist einfach… Tee mit Alkohol. Das ist einfach. Sie müssen sie ein kleines Rätsel lösen lassen. Die Queen lässt Boris Johnson in ihr Büro kommen. Er tritt hier rein und fragt, ja meine Königin, was kann ich für sie tun? Sie lächelt und spricht, Boris, beantworte mir bitte folgende Frage. Dein Vater und deine Mutter haben ein Kind. Es ist nicht dein Bruder und deine Schwester. Wer ist es? Ohne einen Moment nachzudenken, antwortet er, das muss dann wohl ich sein. Die Queen lächelt und sagt, sehr gut, danke. Sehen Sie hier beiden, Boris Johnson kann das Rätsel lösen. Aber können das ihre Leute auch? Zurück im Weißen Haus ist Biden ziemlich verwirrt. Er ruft den Vizepräsidenten Dick Cheney zu sich. Hey Dick, beantworte mir folgende Frage. Dein Vater und deine Mutter haben ein Kind. Es ist nicht dein Bruder und nicht deine Schwester. Wer ist es? Dick Cheney guckt verwirrt und sagt, hm, ich bin mir nicht sicher. Lass mich darüber nachdenken. Daraufhin läuft er zu all seinen Beratern, aber keiner kann ihm helfen. Schließlich endet er im Männerklo und bemerkt Colin Powells Schuhe in der Kabine neben ihm. Er ruft zu ihm rüber. Hey Colin, beantworte mir mal eine Frage. Dein Vater und deine Mutter haben ein Kind. Es ist nicht dein Bruder und nicht deine Schwester. Wer ist es? Colin Powells ruft zurück. Ey, das ist einfach. Das bin ich. Dick Cheney lächelt und ruft zurück. Super, danke. Daraufhin geht Cheney zurück ins Büro des Präsidenten und berichtet ihm stolz, dass er die Lösung gefunden hat. Endlich habe ich die Antwort. Es ist Colin Powell. Wütend steht Biden auf, geht auf Cheney zu und schreit ihm ins Gesicht. Dein, du Trottel. Es ist Boris Johnson. Mann, ey. Oh Mann. So. So. Und zwar gibt es natürlich wieder Juted. Bier News. Von uns. Und zwar. Wollt ihr dafür meine Brille, sonst sehe ich ja nichts. Ist ja nicht so warm wie gedacht. Eigentlich jetzt. Was ist der Unterschied zwischen Ale und Lager? Dazu habe ich euch hier so eine geile Grafik mitgebracht. Ich bin natürlich jetzt im Video einblendet. Man kann Bier im Allgemeinen so aufteilen in Lagerbiere und Ale Biere. Ein Ale hat einen Alkohol von drei bis zehn Prozent Volumenprozent. Und eine Stammwürze von siebeneinhalb bis zweiunddreißig. Ist immer eine obergierige Hefe. Und bei ca. 14 bis 27 Grad Celsius vergoren. Berühmteste oder eine der berühmtesten Vertreter von so einem Ale sind Pale Ale und Berliner Weiße. Und das Lager hat ein Alkoholgehalt von viereinhalb bis 5,6. Also immer ein bisschen leichter. Ist immer untergierige Hefe. Beim anderen war es obergierige Hefe. Und bei ca. 5 bis 9 Grad Celsius vergoren. Also ein bisschen kälter. Genau. Berühmteste Vertreter sind Pilsener und Helles. Genau. Ich glaube, die hat ja gelernt. Vor allem den Riefer. Sehr schön. Kannst du dich noch an Pale Ale erinnern? An Ale? Mhm. Ja? Ja. Ja. Ach, Rostzocker würde ich schon sagen. Jutzt stört den wecker. Ja, ja. Stört die. War lecker. Ganz toll. So. Du hast schon wieder ausgetrunken. Hast du einen Ouse? Einen Ouse? Einen Ouse hast du noch getrunken? Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Uwe hat schon angeklopft beim ersten Schluck. Wegkippfaktor? Ich habe es vor euch ausgetrunken. Ich würde es nicht wegkippen. So wie es ist, so gut gekühlt, würde ich es nicht wegkippen. Ich würde keinen Swede trinken, aber ich würde es auch nicht wegkippen. Ja, gut gekühlt, aber wirklich, also tut das dann ... Also wir haben wegkippen auch minus eins. Wir haben austrinken, wegkippen und auf jeden Fall wegkippen. Na ja, ich habe es jetzt ausgetrunken. Gut. Jetzt leg ich zusammen hier. Willst du noch jemanden grüßen? Mhm. Wie denn? Ganz baldig für mich. Gut. Wunderbar. Tja. Ich grüße meine Mutti. Hi Mutti. Grüße gehen raus an Mutti. Genau. 16 von 30 Punkten. Tja, was heißt das bitte? Götter Leichheim. Das ist Bronze. Mittelklasse. Nichts besonders nichts schlechtes, aber vermutlich billiges. Genau das richtige für flüchtige Bekanntschaften. Immerhin Bronze, dritter Platz quasi für diverse Veranstaltungen. Kann man sich auch noch ein bisschen einmelden, ja. Ja. Aber die geben sich echt mühe. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich habe mehr erwartet. Gut. Geschmäcker sind verschieden. Ja, das ist halt nicht unser Geschmack und wir legen halt viel Wert auf Geschmack. 15 Punkte. Das ist die Hälfte. Ja. Ja. Und wenn man da nur 6 kriegt, dann... Dann ist da nicht mehr groß was rauszuholen. Ansonsten muss ich sagen, das sieht gut aus von innen und auch von außen. Ja. Das deutsche 390 Boot ist da. Bayerisch ist. Bayerisch ist so, ja. Ja. Schon okay. Was gibst du als nächstes? Ja. Was gibst du denn als nächstes? Wissen wir ja nicht, oder? Irgendwas leckeres. Vielleicht ein Hellet? Ein Pilz? Wir haben jetzt hier ein World Beer World Germany Winner haben wir hier. Alter. Da war das... Altenburger ist das, was? Ach, überhaupt zu lügen. Ach, Altenburger. Das hab ich schon an der Flasche gesehen. Ich hab's noch nie getrunken. Ja, dann natürlich sofort. Mildes Lagerbier. Nächste... Nächste wird das Altenburger. Genau. Und irgendwie einschalten und abonnieren. Und dann seid ihr wieder dabei. Liken, teilen. Schreibt mal Kommentare. Riko sauert schon. Natürlich. Da ist auch immer mein Lappen dabei. Ja, schreibt mal einen Kommentar. Wir antworten mal demnächst drauf. Gut. Im nächsten Video beantworten wir mal einen Kommentar. Haut rein. Bleibt fein. … Daniel. clusters. Anruhe. 夜. In scommission wird es nicht어겸! Außerdem erste makeuplisch. หนü